Liberty? Liberty! Liberty ist schwer krank. Sie wird nächste Woche eingeschläfert. Vater, das kannst du nicht tun. Sie ist meine beste Freundin. Laura. Sie wird es schaffen, das spüre ich. Es ist zu ihrem Besten. Ich lass nicht zu, dass sie dich sterben lassen. Los, Liberty! Laura hat das Pferd entführt? Sie hat Liberty in Sicherheit gebracht. Du sagst mir jetzt sofort, wo sie sind. Laura, da hinten in dem Stall. Laura, was ist passiert? Liberty war gar nicht krank. Sie war schwanger. Wow, das ist ein Wunder. Ich möchte es Hope nennen. Hope. Ein schöner Name. Laura, es tut mir leid. Ist ja gut, Liberty. Dir schuld ich natürlich auch eine Entschuldigung.